Hey Leute, wir haben eine Ankündigung für euch und zwar... Genau, es haben bestimmt viele von euch mitbekommen. Es gab ja in der letzten Woche ein schlimmes Hochwasser in Rheinland-Pfalz und NRW. Wir waren zum Glück nicht direkt betroffen davon. Aber wir möchten trotzdem helfen und haben uns deshalb was überlegt. Und zwar werden von den neuen Videos, die wir am Wochenende hochladen, da rechnen wir dann zusammen, wie lange die insgesamt angeschaut wurden. Auf den Kanälen DIY-Inspiration, Spiel mit Babs in Games und Spiel mit mir. Genau, und dann spenden wir 2,50 Euro pro 100 Stunden, die angeschaut wurden. Wir hoffen, dass wir auf diesem Wege zwischen 3.000 und 5.000 Euro zusammensammeln können. Das wäre echt cool. Und die Einnahmen teilen wir auf auf zwei Vereine. Und das wäre einmal der Tierschutzverein Wachtberg und die Hochwasserhilfe für die Stadthagen. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr die neuen Videos auf den Kanälen DIY-Inspiration, Spiel mit mir Eps in Games und Spiel mit mir anschaut. Genau, die Vereine bzw. die Stadthagen sind natürlich unten auch verlinkt. So. So. Vielen Dank.